happy birthday to you herzlichen guten wunsch an alle leute die heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.gamble ich spiele heute mal wieder mecha arena weil free fire kann ich nicht starten da es heute kein wettbewerb gibt werde ich schnelles match machen also auf kontrollpunkt also dann viel spaß ok die erste runde geht los mit denen hier also auch hier habe ich heute ein bisschen problem mit free fire mit free fire habe ich ein bisschen probleme ich kann mich dafür nicht einloggen das ladebildschirm steht dann so unendlich lang das ist doch nicht hat er mich noch getroffen ja deswegen spiele ich jetzt mecha arena ich probiere es die ganze woche über wieder viel feiern laufen zu kriegen aber ich weiß nicht ob ich es schaffe dann werde ich dann sehen ob ich das in laufen kriege das free fire ich hoffe es wenn ich das in der woche dann irgendwann ein laufen kriege dann werde ich das so machen dass ich free fire spiele und dann halt kein mecha arena aber ich wollte es ja schon mal gehabt da bin ich glaube ich ein monat lang konnte ich kein free fire spielen keine ahnung warum ich hoffe ich habe das immer qualified ihr findet euch gerade alles 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 Ach ja, ich mag die Artillerie nicht so. Komme ich dich somit zurecht. Ich hänge hier fest, ah, weg hier. Okay, das ist doch einer gegen einen, hoffentlich. Nein, das habt ihr nicht. Oh, bitte gewonnen. Ah, Mist. Der hatte noch einen Mesh gehabt. Naja, was soll's. Nächste Runde. Let's go. Ah ne, warte. Lass wir mal anschauen hier. Punkte, Punkte, eine Quest fertig. Okay, ich war der Beste aus meinem Team. Ich habe keine Punkte verloren. Immerhin. Er sagt, bis gleich. Und die nächste Runde geht los. Runde 2. Mit denen haben wir gerade aufgehört zu spielen. Dann spüre ich mit denen jetzt weiter. Er ist so langsam. Oh, da ist ja, weil ich mir eine Menge drauf habe. Ja, wir können dann ElectrOne-Berewanderen. Und so. Und so. Gsh- Ah ja. Auf dem, ist es ja. Das ist eine neue Frage. Glehen, wir haben zum Aufmerksam. Es ist eine Frage. Ja, nur da. Die, die sind ein. Ok, setzen wir da unten erstmal gleich den Turm rein, zack, Gefechtsturm ist da. Gefechtsturm ist da, Gefechtsturm ist da. Achja, Roger, Roger. War das nicht im Bot, Roger, Roger? Dann schauen wir mal, ob wir den da kriegen. Ich glaube nicht. Doch, haben wir gekriegt. Schön, schön. Oh, voll verzogen. Alle gute Dinge sind drei. Och, nee. Hm. Ah, noch sieht's gut für uns aus. Das kann sich immer schnell ändern, wenn zum Beispiel einige Leute keine Meshs mehr haben. Der ist ja schon down. Ich denke mal, Rot hat nur noch den einen Spieler hier. Oh, den Bot Flatgate. Kommt raus. Nee. Das war's. Gut. Oh. Starte ich gleich mit dem, weil er der letzte Mesh ist, mit dem ich gespielt habe. Und dann sage ich mal, bis gleich. Punkte noch anschauen. Ah, der zwei Beste nur. Naja, egal. Gut. Dann, bis gleich. Okay, und die dritte Runde geht los und die letzte Runde für heute. Red Dog ist am Start. Und dann gehen wir mal hier lang. Okay. 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 Ah, was ist das nochmal bei Free Fire? Warum ist das was? Ach nein. Oh. Ich bin nicht los. Geh mal hier rüber, ehrlich. Es sah tatsächlich gut aus, oder? Der ist so schnell, der Go, Go. Ja, ja, schieß mal alles da aus dein Motionslager raus. Schnell zurück. Ah, da war das da oben drauf, ne? Ja, naja, klar, go, go. Ja, 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 ja. Ja, da sitzt der Go-Go jetzt in der Falle. Hat er immer noch den kleinen runden Hoppelmann da? Ja. Ja. Okay, nice, Sieg. Das ist ein Sieg. Ach, nur an dritter Stelle. Der dritte Spieler des Matches. Ich habe meine Mütze gar nicht auf. Oh je. Egal. Habe auch so gewonnen. Ohne meine Glücksmützen. Gut. Dann würde ich sagen, das war es für heute. Ich probiere die Woche über nochmal Free Fire zu installieren. Free Fire Max Free Fire. Und was es da nicht gibt. Gibt da nur eine 2, oder? Ne, warte, aber noch einer. Drei Sachen machen das, glaube ich, vom Free Fire. Probiert nochmal zu installieren. Okay, installieren geht ja. Nur, ich komme nicht rein. Ich kann es nicht starten. Deswegen kommt irgendwann mal vielleicht die Woche Free Fire. Ansonsten bleibt es bei Mech Arena, aber ich denke mal irgendwann mal kommt das bestimmt, dass es wieder geht. Deswegen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auf Nächstes dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.